Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes und oh wow hier gibt es noch Wer zettel John Bussle, nein, Harry B. Taylor, nein, Gordon, Charles Chan, Herbert Huffkins William Prüppeldebaba Jack Crocker Thomas und Herbert Jack Crocker Is our mysterious visitor, he was the only one around at the time of the murder Da hammer's dooch Ey, ich muss dem Kipp noch Geld geben Eine junge Freundin sollte ihn finden Oh, mein alten Knochen. Genau, jetzt übernüschelziehen und hierher schleifen. Ja, das ist genau das Profilbild, was uns doch offen ist. Du hast schon so einen verschlagenen Blick. An den Händen ist nichts. Da war sein Schritt. Der war's. Der und die Alden. Du hast die Vorrede gelesen, aber, zu deinem Erinnerung, fand es viel fabrikation. Als du gelernt hast, ich wollte dich sehen, du kam direkt weg. Du musst wissen, was ich habe gefunden. Du? Und was du wissen? Das Nacht, du warst mit Lady Brackenstall, in der Gefahr. Ich bin nicht sicher, Herr Ohm. Besonders, alles ist nur guesswork. Du wärst richtig. Wenn es keine Begründung gab. Was dann? Lady Brackenstall war tiefer zu einem Knochen auf der Nacht des Mörder. Und es war du, die hat sie aufgemacht. Du nimmst das Begründung? Seemannsknoten! Ha ha ha! Ja. Als sie mit einer Säilerin Knot Dein Handiwerk. Also? Es ist ein Säiler, der hat ihn getan. Das ist nichts, Herr Ohm. Ich bin nicht der einzige Säiler in London, gerade jetzt. Deine Theorie ist falsch. Auf der Nacht des Mörder, ich war die Schacht. Ich war die Schacht. Ich war die Begründung von einem Porthal. Die Nacht. Es war eine Erkrankung. Es war ein Leck. Du kannst die Schachter fragen. Er kann confirmieren. Ich bin sicher, dass er kann. Perfect. In diesem Fall, wir haben nichts mehr zu reden. Good evening, gentlemen. Holmes, was wir tun jetzt? Wollen wir jetzt? Wollt ihr gerne his Alibi? Nein. Es ist kein Problem, dass diese Männer in seine Weise und es gibt keine Möglichkeit, zu schauen. So, was dann? Wir müssen arbeiten mit dem, was wir haben. Wir haben alle Puzzle-Pieße. Jetzt verstehe ich, warum hast du die Bellrope gesiekt. Aber war arschklar. Ja. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Ja, das erste Mal, dass wir es richtig krass durchstarten. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine komplizenden Lady Braxton... Untersuchung fortsetzen. Wir gehen noch mal zu der alten. Vielleicht kriegt man da auch noch was raus. Ja, und da ist das Bild aufgetaucht. Wir quatschen doch mal die Alter an. Vielleicht ergibt sich da ja noch ein kleines Geständnis von dir. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Wuppa. Da hinten sitzt der Alte drin. Nein? Okay. Ich lass die Alte nicht in Ruhe. Die ist schuldig. Wenn du mich so fühlst, ich weiß nicht, was ich immer überdenke. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Aber was ist, wenn ich jetzt das hier mache? Ja, das ist rot. Und da wird das sogar rot. Okay. Also, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Gnade für ihn. Äh, der Cap ist der Täter. Surgent wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, sowie ein hochrangiger Seemann. Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau auf einem gewalttötigen, ist gut, gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Bloß, weil der Mann im Suff seine Frau schlägt, misshandelt oder vielleicht sogar vergewaltigt, gibt niemanden den rechten Mann zu töten. Die Frau hätte sich lediglich von ihrem Mann trennen können. Dann hätten sie mit ihm eine Liebschaft anfangen können und um die Weltmeerre segeln. Aber okay, für Vergewaltiger, ich persönlich, ja, kenne auch keine Gnade. Würde sich jemand, wenn ich mal wieder eine Frau habe, dass ich an meiner Frau vergehen, oder an meinen Kindern, lasse ich den Menschen qualvoll leiden. Ich wäre für keine Gnade, Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizen, Lady Braxtel, zur Rechenschaft ziehen. Das ist das einzig Gute. So. Dann geht's jetzt ab. So. Ich feiere diese Kinder, ey. Ey, die sind so oft geweckt, so wie meine. Oh. Oh, ah. Oh. 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 Das macht sie so gut wie ihre Maid. Das macht sie in gefährlich. Mr. Holmes. Du würdest du nicht schützen sie? Bis ich sterbe, hörst du mich? Hier ist ein Buch, das alles klar ist. Und das ist das, das zu den Polizisten sollte. Ich bin der einzige Culprin. Mary hat nichts zu tun mit ihm. Jetzt ist es Zeit zu Ende. Ah! Hahaha! You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Der ging wirklich schnell über die Bühne. Ja! Der erste Pfeil, den wir richtig abgeschlossen haben. Yay! So! Das war's dann auch mit diesem Pfeil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwei Fälle kommen noch. Und... Ich freue mich schon, wenn ich dieses spielen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt gespannt, genießt den Tag. Bye, bye! Bis dann! 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 Bis dann!